Hallo und herzlich Willkommen zurück bei Let's Play Borderlands Fuck yeah Immer noch mit Raptors und Canis Und Raptors hat die badeste Showflinte der Welt Oh ja Die uns einfach alle one-shotted Und meine Sniper sieht geil aus Und ich hab mir grad ein Skinpack auf Steam gekauft Und kann's nicht benutzen Für 32 Cent hab ich mir das hier gekauft Und ich kann's nicht benutzen Was mega awesome scheiße ist Mega awesome scheiße Mega awesome scheiße Ja ich muss Borderlands neu starten Aber ich bin der Host Und dann fliegen alle anderen raus Auch blöd Dann reden wir mal mit dem Mechaniker Reden wir mal Irgendwas müssen wir ja machen Mechaniker Auch one-shotten Ja Oh guck mal was macht der denn Oh kacke Du bist von Hyperion? Ich hab gehört ihr seid alle Roboter und fest Metall aus dem Müll Als Roland verschwand wusste ich Dass ihr Todesmaschinen kommen würdet Um mich zu holen Falls du mich töten willst Solltest du wissen Lebend kriegst du mich nicht du Roboter-Kackbass Was ist das denn hinter Töten? Dass man wenig Leben tun will Da häng mich einer mit dem Kopf nach unten an einem Telefonmast Überzieh mich mit Honig und überlass mich dem langsamen Tod durch hungrige Spider-Ant Ach du bist kein Hyperion Roboter Du bist ein Kammerjäger Das ist sowas wie ein Einhorn Vielleicht lass ich's auch Was? Ey Ja wir sind sowas wie ein Einhorn Okay wir sind ein Einhorn Wir sind alle Wir sind ein großes Einhorn Wer ist das Horn von uns? Das Regenbogen kackt Wer gammelt daneben mir Geier Geier Ich nicht Ich muss weg Ich muss weg Ach so spät schon Guck mal her Sprechen wir uns gut an Oh da ist ein Pussel Hast du uns bei der Sache mit Roland? Wo ist ein Pussel? Ich hab gehört wie die Crimson Raiders darüber sprachen Wo ist ein Pussel? Roland sagte mir wenn er jemals verschwinden würde Sollte ich Plan B einleiten Oder wie er es nannte Plan verbandle diese Stadt in eine großartige schwebende Festung WTF Ich hab hier ein paar Treibstoffzellen Die wirst du brauchen Oh und du brauchst auch dieses Iridium Oh Iridium Danke Moki findest du auch das Frank jetzt ein bisschen aus wie so eine kleine Abklatsch von den Super Saiyajin So ein bisschen ne? Ja bin ich auch Hallo? Der stellt sich gleich hin und von mir ein KAMEHAMEHA Es fehlt nur noch die Blond Es fehlt nur noch dass die Haare blond werden Ja Ja das wollte ich nicht machen dass das scheiße aus So nimm die Treibstoffzellen auf Kamehame Schrotflinte Ach und ich muss die oben holen oder was? Ah ne die andere liegt in der Waschmaschine Da liegt eine Granate in der Waschmaschine Ja da tu ich meine Granaten auch immer hin Ja ne Das ist für die Das ist für die ganz harte Wäsche Ja Einen widerspenstigen Schmutz Ohja Du brauchst noch eine dritte Weshalb ich dir das Ritrock gegeben hab Du kannst die letzte Zelle in Earl Schwarzmarkt kaufen Ja ich geh schon zum Schwarzmarkt Das ist verrückt Er hat mal einen meiner Wagen gefressen Ja den ganzen Wagen Einfach so Mit einer Gabel Tja Wie ich hörte ist ein neuer Kammerjäger in eure Stadt gekommen Liefert ihn einfach an dich aus Dann werdet ihr belohnt Nö Keine Sorge Niemand wird dich ausliefern Du bist unsere einzige Chance Jack Rollins sagte wir brauchen einen Notfallplan Falls er verschwinden sollte Deshalb all die Treibstoffzellen und so Ist echt ne Schande Er wollte dich wirklich kennenlernen Ohne frisches Blut Werden die Raiders nicht über Oh mein Gott Macht kann es irgendwie alles Kauf 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 Da kannst du dir die Upgrades kaufen Fistl 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 Und ich akzeptiere nur Erledigung Cash ist was für Klaus Ich nehm Sniper Wenn dir jemand fragt Hast du die Treibstoffzelle geholt? Jaja Wir haben uns nur Hehehehehe Was hol ich denn für ein Upgrade? Ich hab mir das Sniper Rifle Ammo Upgrade gekauft Rucksack hatte ich noch keine Probleme Ich kauf mit dir Assault Rifle Oh ich hab nichts mehr sonst Ah ich hätte vielleicht noch ein Rucksack Upgrade Naja Naja Rucksack Upgrade So viele Probleme haben auch noch nicht Rucksack Upgrade ist noch nicht so nötig Hab ich schon wieder die Scheiß Taste gedrückt ey Raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Rass ist nicht wieder aus oder was? Haha Ja Total Schlimme Sag mal du brauchst langsam echte n Anti Aggressions Training Das kann nicht so weitergehen Och Mann Wir fliegen jetzt Mhm Nicht ganz Wir versuchen's zumindest wo ist rollens haus hier wo wir sind doch einer von euch geht gleich zu dem typen da vorne an der tür mit dem wir sprechen müssen hat er denn da ja vielleicht sollte einer auch den schlüssel nehmen so mann 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 du bist die schlüssel und wir sperren auf wie irre ihr seid waffenslot dritter waffenslot wo hast du jetzt frei bekommen ja das dauert noch eine zeit ausgerüstet dauert noch ein bisschen länger bis man da rankommt das denn da ist eine waffenkiste was das denn hab ich denn hier für eine knarre 52 schaden für eine pistole hier spricht der firehawk auf geht's das ist das spiel Ich spiele ja so seltene Assassin's Creed. Ja eben. Da muss man raus. Geh zum Frostborn Canyon, auch da hinten. Scheiße. Oh, ist es die neben den Quist? Ist es die neben den Quist? Nein. Auch die Beklatschappt da, da ist. Ich hätte gedacht, es wäre so eine Party. Party? Ich werde sagen. Du hast mir gehalten, Sanctuary zu erreichen und hat dann. Dafür hast du dir eine Belohnung verdient. Ich habe ein Geheimversteck, weil meine Momentan auch umgezogen. Um es zu finden, dass du eine Reihe 4,0 Minuten gewährleisten müssen. Erstens, sammle ein paar braunen Steine für mich. Dann bin ich ein Bad S-Gack. Danach musst du den verlorenen Stab von Mount Shure-Clown. Dann wirst du mir den Kopf des Zerstörers der Welt abliefern. um danach zu meinen Geheimdägen zu tanzen! Natürlich! Tanz, Baby, tanz! Kann ein bisschen dauern! Wurscht! Gut gefunden! Ach, das ist so ne Rucksackhalterung, ne? Schnell! Da kann man Sachen abgeben, ne? Ah, da kann ich was reinlegen! Tap, Trap, bleib stehen! So, dann 8-10-Froßball. Ich würde nur High-Five geben! Yes! Schon auch! Achievement! Schon auch! Das ist ne Scheiße-Achievement zu bekommen! Wo will der hin? Ich kann nicht! Ich weiß! Wie, du weißt? Warum geht das nicht? Der muss jetzt erst mal wieder... Der staut ist ne Zeit lang, das hat so ne Art Cooldown. Arschloch! Bummst dich! Arschloch! Verprügeln! Okay, dann gehen wir halt weiter! Lass aber weitergehen! Da ist drauf! Genau! Wo geht denn keine Schule rein? Oh, ich verhungere! Ich will eure Babys fressen! Tja, das piekst jetzt ein bisschen! Komm! Oh, da lebt er auch noch, der Dr. Zad! Ja, der Dr. Zad! Bin keiner so interessiert! Wir wollten da eigentlich zum Canyon gehen, ne? Ja! Wir stecken hier fest! Die Polizjungs haben diesen Hyperion-Drecksack erwischt, wie er sich in die Stadt schleichen wollte! Es hat wohl seine Lunge getroffen! Der Knabe braucht dringend eine Operation! Komm her und wir sind über den Eingriff! Ja, machen wir mal eben! Warte! Nimm einen kleinen Einschnitt direkt unter dem Brustbein vor! Aber sei vorsichtig! Nicht, dass du die Herzarterie erwischst! Ich glaube das mit dem Schneiden funktioniert nicht! Fast! Ich hab irgendwas aufgehoben auszusehen! Was war das? Bruchstück Iridium? Verdammt! Wie oft soll ich es euch Idioten noch sagen! Man kriegt keine Schleckkräfte, wenn man dieses Zeug schluckt! Dieses Bruchstück ist auf dem Schwarzmarkt nichts wert! Es ist noch nicht veredelt! Vielleicht kannst du es zu dieser Tennis am anderen Ende der Stadt bringen! Sie kann dir viel über dieses Iridium-Zeug erzählen, wenn sie sich wegen dieses tollen echten Doktortitels nicht mal wieder... Man, das kriegt man beide in der Tür fest, Alter! Oh Gott! Ah, Canis! Ja, Canis! Jetzt, wenn Jack den Kammerschlüssel hat, wird er die Kammer bald öffnen! Außerdem brauche ich einen neuen Ventilator! Das Labor stimmt nach Speck! Und Speck ist nur was für Schleimer und Inzuchtbrot! Ja, ja! Insanely smart! Canis, Canis, alles dasselbe! Noch wieder, wenn du verärztet werden möchtest! So, finitosch! Ja, nicht solange du keine Angst vor ein bisschen Tetanus hast! So! Ein bisschen gratis Iridium und Geld! Auf zum Canyon jetzt! Gratis Geld? Ich mag gratis Geld! Ja, jeder mag gratis Geld, hab ich gehört! So! Canyon! 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 Yay! Charlie, wo gehen wir hin? Charlie, gehen wir nach... Die Tür, Charlie! Charlie, gehen wir nach... Charlie, gehen wir zu Candy Mountain! Charlie, du bist der Bananenkönig! Mein König! Heute nicht! Charlie! Charlie! Oh, Mann, ey! Völlig irre alle! Oh, ein neues Schild mal! Bitte, lass dir Zeit! Mann, ey! Frank! Entschuldigung! Das ist die Reise abgebrochen! Oh, dein Schiff! Oh! 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 Oh, ich glaube wir haben ein neues Schild! Jetzt zu spät! Das hast du verkackt! Bis spät, Junge! Bis spät, Dein Bruder! Autos! Autos! Wof, wof, Mann! Autos! Autos! Mit meinen Karten kommt man vielleicht nicht lebend an, aber man kommt an! Ich bin ne andere Farbe. Ich will pink. Fahrzeug spawnen. So. Was denn? Ja, kann es. Was macht kann es? Wo ist der denn? Der war direkt drin, die Sau. Muss halt selber fahren. Aber ich kann doch nicht fahren. Au, 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 hört auf mein Auto kaputt zu fahren. Das Auto ist kaputt. Es sieht voll lustig aus, wie der kleine Mann hier drin sitzt. Oh Gott, wie ging das nochmal? Einfach mit der Maus in die Richtung schaffen, wo du fahren willst. Ich spiel mit Controller. Ich spiel mit Controller. Ja, die Kamera einfach in die Richtung bewegen. Du fährst falsch, ne? In die falsche Richtung. Ja, das hätte mir ja mal einer sagen können. Haben wir doch gerade. Nee, nee. Freunde. Oh, da ist wieder ein bisschen rüber. Ich musste über die Brücke. Over the bridge. Over the bridge. Mit LeTurbo. Let's jump! Oh, wow. Das ist ja gar kein Jump. Was hier los? Was geht hier? Was ist hier für eine Party? Das GTA? Was ist hier los? Was ist hier los? Ach, da kommt auch mal Frank. Mit dem Gegner im Schlepptau. Hallo. Echt, hat der Gegner im Schlepptau? Hey Frank. Oh, schade. Ich find's ja wunderschön, die Nahkampfphysik mit Autos. Da. Wo sind denn die Bösen? Ja, da. Wir kommen gleich. Alter, diese Schrotfindig explodiert nochmal. Du fliegst. Wow, wow. Brennender Brenner. Aua, aua, aua. Oh, oh. Normal. Ne. Warte. Pyro. Hä? Müsst du doch schon längst wieder da sein. Macht dem irgendwie gar kein Schaden, denn, gell? Oh. Uh. Jetzt irgendwas, irgendwo was klein ist. Ja, fack ihn doch mal weh'n anderen ab, ey. Bam. Ja, da ist Rang 1. Super. Boom. Aua, 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 ich brenne. Das Nomade. Das, die brenne. Oh, dein Leidenschaft verbrennt mich. Aua. Der Falte, den du da hochgejagt hast. Ja. Der Zwerg hat sich noch im Weg stemmen müssen. So, jetzt hier sagen wir den in die Luft, ja, ja. Weißt du, der ist auch noch Feuerresistent, der Arsch. Ja, das ist ein Pyro. Ey. Dieb. Ich hab' runter. Mach Schrotflinten, money. Ja. Nein, keine Schrotflinten, money wie dich. No money for you. Heute bin ich mein Junge. Böse Menschen überall. Ja, ne. Ja, lass mal los reisen, wa? Reisen? Reisen. Wir reisen mal. Lass mal los, reisen. Reisen. Warum stündst du denn schon wieder so, Kannis? Sprinnen! Das Feuer der Leidenschaft verbrennt mich. Spüre die Flammen der Leidenschaft in mir! Oh scheiße, ich brenn. Burn, Motherfucker! Burn! Der Pfarrer muss hier irgendwo sein. Ja. Trotzdem, wenn ihn jemand besiegen kann, dann du. Seltsam. Der Bloodshot Banditenclan scheint das Versteck des Firehawks anzureichen. Vielleicht haben sie Markierungen für ihre Verstärkung hinterlassen. Die sollten dich zum Firehawk führen. Oder du folgst einfach den Schreien. Halt dich raus Kammerjäger! Das ist ne Sache zwischen den Bloodshots und dem Firehawk. Soweit meine Jungs seinen Arsch hergebracht haben, wird er für jeden getöteten Bloodshot büßen. Wir werden durch seine Welt einleitend sein. Toilette. Damit kann man nicht... Ach stimmt, da war was. Was denn? Das ist ne Quest-Toilette. Toilette, Toilette, Toilette. Toilette. Wieso, was los? Was los, man? Was los, man? Jungen, mach los. Jungen, mach los. Abfall. Da unten ist es atsch. Boom, zurück. Heeeeg! Wetter ist normal. Goliath. Brenne! Neisser Tod. No, der Sandwich. Der Hasener Goliath fallen lassen. Oh der Kämpft gegen den Nomaden. Boom. Boom. Der Schnellschnell. Danke. Bitte. Ey, was diese Nomaden aushalten, ne? Es ist nicht Nomad. So ist. Hat rumgehauen hier. Was willst du kleines Ding nennen? Oh, Goliath. Der Goliath, Alter. Bummst du, Goliath. Auf die Ohren. Oh, das Nomade, das Nomade. Der Goliath hat seinen Kopf verloren. Ja, den Nomadenführer mach ich nicht wirklich Schaden. Nicht so gesund. Bank ist jetzt auch da. Ja, oh, wir brennen. Ach, der ist noch im Psycho. Oh mein Gott, ey. Kann ich bitte aufhören zu brennen? So, Smokey, wir lebt den schon wieder. Ja, hab ihn. Boah. Komm aber nicht weg, ey. Guck mal, der ist so scheiß Resistenz hier. Da frisst meine Granate. So, der ein Nomaden ist weg. Da unten laufen noch ein paar rum. Der ist jetzt auch weg. Der war nice. Na man. Oh, hi. Ah. Ich schmeiß auch noch Granaten an. Oh nein. Ich hätte mir vielleicht auch eine Nicht-Feuer-Sniper behalten sollen. Warte, 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 warte. Ja, ja. Oh, fuck. Da ist ein Beute-Schurke-Golia. Der hat den Automaten da am Rücken. Wow, 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 wow. Badass-Psycho. Hallo. Wow. Leute, was macht ihr denn? Wir haben hier so einen Badass-Psycho bei uns. Ja, da ist gerade Halligalli. Ich muss mal hier weg. Mein Schild ist gerade down. Kannst du den mal fliegen lassen? Ne, ich bin gerade down. Das kann gerade gar nichts. Ich kann gerade... Ich kann dir hochhelfen. Halt still. Oh nein, kann ich nicht. Oh nein. Halt auf zu sterben. Jetzt wird er gleich fliegen. Jetzt fliege ich mal. Ne, jetzt ist er tot. Ich hab ihn getötet, ich hab ihn getötet, ich hab ihn getötet, ich hab ihn getötet. Heute fliegen da schon. Ne, er lebt noch, jetzt ist er tot. Jetzt ist er down. Nächstes Level, okay. Schnell noch skillen, was kill ich denn? Schnell noch skillen, die Teamgelegen werden. Krippieren währenddessen. Auch tot. Alles down. Alles cool. Hier ist nix los, oder? Nö, nö, gar nix. Da laufen, da läuft, da läuft nur so ein Beute-Golia durch die Gegend. Oh, Beute-Golia, der hat eine schöne Kiste hier mal auf dem Rücken. Ja, genau. Dann hole ich mir den doch mal. Der ist da unten bei dir. Und da runterguckst, ist der gar nichts. Oh, fuck! Ach, den kann ich gar nicht hochheben, stimmt, da war was. Oh Gott, der Goliath ist jetzt ein bisschen wütend. Oh, die Spannung mit dem. Oh, fuck, ey. Das ist so. Wenigstens killt er seine Kollegen. Ist der einzige Vorteil dabei, wir können... Oh, die sind denn jetzt gerade. Die bei mir. Runden. Oder kommt die Treppe hoch, der kommt die Treppe hoch, der kommt die Treppe hoch. Oh, fuck. Da kommt die Treppe hoch, der ist gleich da. Hi. Der ist da. Ja. Ich geht. Wo seid ihr denn? Ich seh's. Ich hab mir so'n Rasen im Bett als Goliath, Freunde. Ich komm zu euch. Meine Fresse. Kann ja nicht so schwer sein. Ja, ja, ja. Mach euch den mal weg. Nein, nein, nicht ich. Nicht ich. Nicht ich. Nicht ich. Ich jetzt ein bisschen eher ungeil. Oh, fuck that. Ich hab mir so'n kleines Problemchen. Ja, kenn ich. Ich hab schon einige davon. Der Goliath hat nämlich hier grad so'n bisschen was mit mir angestellt. So. Boah. Der Goliath ist down, jawoll. Oh, da ist noch ein AU! Ich werde gleich sehen, was ich mein. Oh, der ist auch down. Oh, der hat sich da oben festgebackt, oder was? Jo. Nice. Was ist noch so drin in der Kiste? Ah, raus. Erst mal Kiste gucken. Scheiß auf der Kalle. Ich will die Waffe, ich will die MG. Ich will die MG. Ich will das Schild. Ich will alles. Weg, ich will alles weg, weg. Ah, er kann das. Dann ist er wieder da, weißt du? Ja, ja, ja. Ich hab mich irgendwie raus... Das war nur ne Falle, weißt du. Der wollte nur, dass wir nicht an die Kiste gehen. Ja, in Wirklichkeit haben wir die Kiste schon geplündert. Ich hab aber schlechtere Waffen reingelegt. Oh, da ist noch ein dicker Nomade. Oh. Ich muss auch noch's gehen. Ach da. Weg. Keine Munition mehr. Aber wisst ihr, was wir machen jetzt? Mitten im Kampf. Ich bin voll gemein. Wir beenden jetzt den Part. Haha. Tschüss.